Das ist elend Alter, brachschlungen, Mensch Ich bin selber Und Mira? Ach ne, Wook Die Gegner denken sich bestimmt auch immer so vor der ersten Runde Oh, volles Team, das wird bestimmt hart Und dann merken die nach der ersten Runde Ah, sein Lutsch wird doch nicht hart Dann gönnen wir denen extra Punkte zum Rangaufstieg Wird immer froh sein Stefan, das nächste Mal nennst du dein Stream irgendwie Rangfarmen hier bei Heute Rangfarmen oder sowas Für die Gegner Da kommen mehr Leute an Gucken wir richtig Fans Dann sind wir so die Noobs der Nation Die Noobs der Nation Das weiß ich immer so Aber wie war das mit dem Ach, das Guck mal, da ist der Barracuda am Gegner Grüße an dich Grüße an dich Grüße an dich Grüße an dich Guck mal, da sind wir hier Schöpsel Hä, Franzosen Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, vielleicht Ja, vielleicht eine Franzosenanhänger an die An die Waffe machen Ich hab das vielleicht auch Ja, können wir uns dann direkt ergeben Fahrgutgehälter lokalisiert. Sehr cool, ey. Aber guck mal, kein neuer Operator ist hier dabei, ey. Hätte jemand seine Weste nicht. Kein neuer Operator, wir boykottieren das Spiel. Ein Panzer ist schon offen. Oh, muss weggehen. Die andere Seite. Voller Seite des Hauses sieht's aber raus. Ich schau. Ich krieg auf jeden Fall mehrere Störsender gerade. Wir versuchen die, glaub ich, das Fenster aufzumachen. Ja? Ja. Heißt du, Fenster nicht, dass du da schraubst? Auf dem Eisner Fenster? Feindlicher Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Feindlicher Scan steht bevor. Timer wird gestartet. Boah. Alter. Die waren hinten schon rein. Ich hab Ash. Hier hinten oben, oder was? Hier oben, oder was? Ja. Genau in die Richtung. Das ist schlecht. Ich hab den an deinem Fenster, Daniel. Ja. Nice. Also, ich könnte nur den breiten Flur anzeigen, falls da was laufen würde. Ich wurde entdeckt. Also, die Windskrappe. Ja, Stefan. Also, einer ist auf jeden Fall noch am Außenfenster. Eine ist am Doppelfenster. Ja, meins am Fenster. Ich sehe dann nichts. Also, die Treppe runter sehe ich nicht, Stefan. Die Einzelkappe. Nur noch ein Gegner übrig. Feind sein. Feind sein. Feind sein. Da ist sauber. Da ist sauber. Da ist sauber. Oh, meine 5 Punkte. Nur noch 15 Sekunden. Zeit läuft in 10 Sekunden ab. So, ich bin nicht von innen kommen würde ich sagen. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigene Erkunft. Das war wohl nicht so Sneaky. Ich hätte einfach mal blöd durch die Tüler gerotzt, ey, ne? Ich hätte eventuell gekillt. Das wäre voll geil gewesen. Dann hätte ich eine Nachricht bekommen. Mhhh, niemand muss meine Shita. Schass du dich? Ich werde dich niemals abonnieren. Ich meide dich jetzt bei Xbox. Geil, weil ich Ski fahren, oder was? 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 Ich ste- äh, Franz, denk dran, hab's sie. Ja. Ach, ja. Hab's ja. Hab's ja. Hab's ja. Losfalt-Tiros. Losfalt-Tiros. Hab's ja. Hab's ja. Hab's ja. Die Japanerin. würden würde ich habe sie es ist es ist er muss sagen er muss ganz genau das ist das Sexismus Franzi Franzi Mann für ein Thema von hinten Stiftung Schöpfen durch von 17 er ist auch ein Und schon auf dem Weg. Ich hab das Ziel bekommen... ...meine 50 Punkte, meine 50 Punkte... ...niahniahniah... ...Bandit haben sie noch! Oh, komm komm... Aber ich hab das ja dann der letzte... ...einsatz in den Planen. Oh, die결zer-Richtung. Einsatz in fünf Sekunden. Weiter zum Bio-Gefahrtungsbettung... ...das ist richtig kaputt. Geht einer an die Fenster? War das ein Nein? Ich glaube schon. Okay. Ich bin traf, ich kann ihn da ein bisschen freuen, ob da jemand ist. Und es ist in diesem Büroraum, es ist keiner. Ich wünsche dir, was wäre gewollt. Ich wünsche dir, was wäre gewollt. Richtung das Klavierzimmer ist... ... ist gerade auch keiner. Einer ist in der kleinen Küche. Standard-Ecke ist einer hinten, der Markierte. Gesundheit. Komm da jetzt rein. Wir haben ein ENP hier. Oh! Scheiße. Scheiße. Da ist irgendwo ein Loch in der Wand. Ach so, ja. Komm da raus. Franz rechts im Raum ist einer auch geradeaus durch. Ich habe doch meinen Bunsenbrenner dabei. Ach komm schon, war das Stock oder was? War das jetzt für eine Tür? Das ist jetzt immer noch genau in der Merkierung. Ich guck zum Tür hin. Ah, da läuft der mit der Schratze rum, ey. Links ist mein Franz. Links von mir. Also Doc wird wahrscheinlich wieder full life sein. Oh, nice. Das kriegst du nicht kaputt. So, wieder das Tür aufmachen. Da ist keiner mehr drinne. Der ist links in der Ecke. Ich bin gerade durch, Daniel. Nein, der ist auf dem Boden, auf dem Boden, auf dem Boden. Ach, hinter mir. Das ist der Doc im Raum, Franz. Hinter mir. Doc ist immer noch in dem kleinen Miniraum. Oder nicht? Ja, Doc ist immer noch in dem Miniraum. Rechts von dir. Ja, Daniel. Rechts, rechts, ja. Pass auf, ich hab dem gedrückt, aber... ...hatte man noch über die Hälfte. Nee, unter der Hälfte. Da ist der Doc, leider. Da heiz ich den ganzen Tag wahrscheinlich. Ich hatte den ja auch mal auf Hälfte. Nein, der hat sich aufgehält. Ich hab's gehört. Na, MP, ne? Ja, hält schon, Franz. Wieso kann der denn von da aus einnehmen? Aus dem kleinen Raum. Der ist mittlerweile reingelaufen. Ja, ich hab's gehört. Der liegt da hinten. Da ist in der Leiche. Er ist aber auch wirklich da hinten. Ja, doch, der ist da hinten. Ich hab's gehört. Ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Er sitzt da auf der Leiche. Er sitzt jetzt im Gang. Der ist nach links gegangen, zur Eins-Zutür. Ja, der sitzt da hinten. Der sitzt jetzt hinter der... Ich glaubst du, ich könnte den... Nee, nee, der ist da nicht mehr, Franz. Der ist jetzt ganz links in der Ecke. Der sitzt jetzt ganz links. Der sitzt jetzt ganz links. Jetzt ist er markiert. Okay. Da, wo er markiert ist. Da ist immer noch da, wo er markiert ist. Wenn du nach links gehst, wirst du ihn eventuell kriegen. Ja, geh weiter nach links. Er geht dir dann ein Stück nach rechts. Er ist noch bei der Markierung. Genau, wenn du so guckst, da kannst du ihn eventuell kriegen. So. Ja, ich verstehe. Gute. Nice. Easy. Nice. 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 Aber wie heftig den aber umgezogen hat, die Waffe auch, ne? Nice, Franz. Aber das war nice. Sehr, sehr schön. Scheiß doch, ey. Wie viele der von uns jetzt gefickt hat, ne? Wahnsinn. Ich lasse auf meine Nachrichten. Du kriegst nur Nachrichten. Sorry, du bist scheiße. Sorry. Nee, das war gut, Franz. Nice. Da war ich gut. Ich bin mit der Schraße rumgekarsallt. Aber das war so knapp. Aber das war so knapp mit der, ähm, mit der Lies, ähm, Läsion, ging's da. Das ist eh knapp. Also mit der scheiß Giftpice. Ich war mir noch auf sieben Leben runter. Ja. Ach, reicht dir. Wir müssen auch verbarrikadieren. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behält. Sieben Glück sein. Ich mach eine Feiltür mit dir, Franz. Dann mach ich eine Feiltür und dann mach ich auch, dann mach ich auch. So, nee, dann brauch ich ja nicht. Wenn du eine Feiltür machst, dann ist ja easy. Ja, dann brauch ich. Oder muss ich beide mal. Ach, nee, Franz macht eine Feiltür. Franz, mach schon, Franz. Mach, äh, machst du die andere auch noch, Franz? Die da hinten? Ja, die in der Ecke auch noch. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut behält, der lokalisiert. Äh, Stefan, du hast die ja gemacht, ne? Ne, noch nicht. Welche? Die vor der, vor der Doppeltür. Ja. Nur noch 5 Sekunden. Welche denn jetzt? Die vor der Doppeltür. Aber das schaffst du jetzt nicht mehr, die hier. Aber von hier unten hättest du es sowieso nicht geschafft. Das war's. Aber eine Twitch. Oh, hat's. Komm ich überhaupt noch raus hier? Ich nicht. Nee. Kannst du die Hände nochmal zumachen? Ich hab jetzt hinten aufgemacht. Ja, gut. Dann schließe ich jetzt auf den Zwischengang hier, okay? Wow. Na gut. Wir laufen hier schon total heftig durch. Die ist sofort zu mir gestellt, die die Händler. Oh, gut. Oh, nein. Ich spring die Decke auf. Idiot. Wo? Äh, hier ist die Decke zum Beispiel offen. Feind suchen. Nein, Raff! Nein, Raff! Das ist nur einer. Nein, wer hat mich durch die... Dingstern bekommen. Ich darf nicht sterben, dann kriegt er den Erfolg. Lukas? Okay. Finca war ja noch. Finca war ja noch. Überall, die hat ihn nicht geholt. Wendeltreppe kommt jetzt jemand runter. Kalt ist offen. Ja, bitte, ging gerade einer vorbei. Ich hab den nicht gescannt. Zwisch kommt. Die Drohne geholt. Nice. Die Wand hinter dir ist da auch nicht verstärkt, oder? Über die Garage ist komplexer. Die nehmen den langen Flür gerne. Den langen Flür. Markiert. Ah, die haben jetzt alle Camps. Wir hätten nur noch schauen, wenn einer wieder... Wenn die Kruppe hochläuft, wäre so eine Katarbe. Das ist auch nichts. Die ist noch okay, ne? Ja, bei mir ist es offen. Die seht den noch. Umgelegt, oder? Was passiert im Flür gerade? Ich höre, oder was? Kriecht einer. Nein, wie war denn etwas? Im Flür, auch. Die ist doch nicht offen. Ich hoffe, es ist keiner mehr oben. Ah, jetzt kommen die gleich rein. Wir den langen Flür. Komm jetzt, an der Tür, an der Tür. 5 Sekunden noch. Oh, nein! Rück auf rein, zurück auf rein. Ein Gegner verbleibt. Ah, nice. Ist das cool? Wir sind doch zu tatt durchgelaufen sind gerade. Ja. Ja, und einer wurde nur durch den Brantfall geholt, der Idiot. Nice, auch. Aber haben wir irgendwie gut zu Ende bekommen, ich weiß nicht genau wie. Aber nice. Ah, holprisch. Der Runde haben wir das Lack hier. Lackiert. Lackiert. Ich freue mich schon auf meinen Silberrack. Hoffentlich wenigstens Silber. Hoffentlich wenigstens Silber. Der echt schrotzen Power. Hab's. Hab's dann. Boah, mein nächster Kill heute Abend. Nice. Nice. Das ist wirklich eine gute Runde. War das der, der auf dem Boden lag? Nee. Garage. Ein ganz lebendiger. Okay, gut. Alles ist gut. Ich hab Maverick. Ich kann da Lücher rinden. Ja, wenn... Die macht den Banditrick bestimmt. Ja, genau. Da macht das... Wie der Einotyp letztens dann? Einfach mal auf den Boden hier, genau. Ja, ich spitzte der Fall hier. Hin. Ich guck erstmal, ob ich den mit den... Äh, Kapkan ist der letzte, glaube ich. ...Fetcherladung kriege. Oder sonst macht der Trick. Ach nee, doch Kapkan. Ah, der hat schon drei hingelegt. Kapkan ist der letzte. Der hat... Klavierzimmer hat da einen gelegt. Und an die Tür hat da der eine gelegt. Also, an die Tür ist schrubt. Meine Zielpunkte. Gleich geht der Weg aus. Gleich habe Dritte habe ich schon. Hör dich schon? Äh, ich weiß nicht, ich muss Daniel. Oh, Daniel, ich glaube du kannst. Ich glaube, die machen den Trick nicht, ne? Achso. Ne Ahnung. Wirkt zumindest, ist gerade nicht so. Leute, haben die schon angefangen zu schießen, bevor die Tür... Hinterm Laster und gleich links hier. Gleich. Leute. Okay, Anton. Ja, da. Immer noch da. Noch lang. Und zack ich noch mal. Immer noch in der gleichen Stelle. Und Fenster. Ich bin aber an der Treppe. Auf irgendein Fenster. Das könnte Franz gewesen sein. Ja, hier. Nee, nee, nee. Kein Gegner. Los, ich gehe rein. Versicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Hier hinterm Laster. Das ist ganz nachher, das ist in die Ecke. Ich bin da. Nice, das war's. Ich nehme einen. War Bandit, oder? Treppe. Okay, oben von der Treppe. Ist tot. Feindliche Aktivitäten. Bedrohung neutralisiert. Haupt, hier muss es sein. Komm, ich komme rüber. Oh, von da aus, der kam hier drüber. Erclean. Ja. Nein. Feiert behälter klar. Feiert höher. Feiert behälter falsch. Scheiße. T4, Franz, pass auf. Weißer Laster ist da, ist in der Ecke. So, aber boah, mit der Schrotze, ey. Okay. Und wie lucky war das denn jetzt? Boah. Was für dich? Wie oft kriegst du eine bestimmte Nachricht, Franz. Zweimal, nee. Sorry, cheatest du? Also, der erste, okay, war halt markiert, ne. Aber das gerade. Aber hab ich jetzt einen, hab ich einen von uns jetzt getötet zuerst, oder fallst hier aus? In Ordnung. Ich glaube, Daniel hat sich nur erschrocken, dass einer kam von der Fallstier, ne? Silber 3 Nee, ich hab nur gesehen, dass die Offi war und ich wurde dann von Ela geholt Nee, du wurdest von mir geholt Das ist ein Plus, eine Runde von Ela geholt Self Call Nee, dann war noch ein Franzose drin Nee, ist gut Nee, ich hab nicht nur auf Boah, ehrlich? Ich bin jetzt bei 66% Chancen für einen Pack Das ist stark Ja, aber hast du dir anscheinend nicht verdient Anscheinend nicht Aber ich hab jetzt ein Kill gemacht Ja, Franz, ich glaub, du suchst grad allein, kann das sein? Ich hab einen Rang, habt ihr?